Also, wir sind wieder hier im Büro. Ich hoffe mal, es ist schwer, dass es die letzten 6 mal gespeichert hat. Ich habe das Spiel jetzt neu gestartet. Es will wieder wissen, welche Uhrzeit wir haben. Es ist jetzt nach Mitternacht, aber noch nicht sehr lange. Ich will sagen, es ist, wie ich es eingedeckelt habe, ist es... Ne, Moment, das ist nicht 12. Ei, was ist denn... Das geht unter Null, oder? Null... Ich habe ja immer Mühe. PM heißt, es ist Mittag, oder? Ich will aber nicht Mittag, ich will ja Nacht. Null... AM. Null 1 AM ist ja Mitternacht. Und 12... Und 1 PM ist... Also, es stimmt. Es stimmt, ja. Ist es jetzt 12 Mittag, oder 12 Nachts? Ich will das korrekt machen. Ne, nur so, nur als Beispiel, nur zum sagen. Ich will jetzt kurz ein bisschen überlegen. Also, wenn die, wenn die Amerikaner sagen, es ist morgens um 8, sagen die, es ist AM. 2 PM. Das ist folglich... Null, oder 1 AM. Ich bin total verwirrt. Ne, ne, ich glaube, es ist... Es stimmt. Gut. 12 PM ist... Nachts. Also, wenn das, wenn das mich jetzt, äh, hier nervt... Mich hat auch genervt. Ach, komm, bis ich das reingehe, ich will das... Gut. Wie, das stimmt nicht, das Spiel. Ich kann nichts dafür. Ich kenne das Sammelsystem nicht so gut. Was jetzt? Sekunde mal warte. Ja. Kann ich kurz was sagen, bevor wir... Ja. Ja, ja, dass du die Uhrzeit beide mal eingestellt hast, nach Händler-Spiel gestartet hast. Ja, wir nehmen diesen Schritt nicht erst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 Uhr und lassen das gut sein. Ja, ich bin eben nett, ne? Aber du machst dich tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen und das weiß ich zu schätzen. Gern geschehen. So weiß ich, dass dir diese Frage wichtig ist, du bist aufmerksam. Genau. Ich kann gar nicht wissen, ob die Uhrzeit eingestellt sind. Das ist auch egal. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Och, nö. Du auch so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstall, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach eine Lieblingszeit einstellen. Und wenn das meine Lieblingszeit ist? Schon mal daran gedacht? Spiel? Mach nur nimmer auch die Uhrzeit, die du bist. Selbst wenn es nicht die richtige Uhrzeit ist, da warst du es dir verdient. Danke. Also übrigens, das mache ich dann selbst. Alles klar, ich lasse dich jetzt mal weiterspielen. Dankeschön. Ja, was ich eigentlich schaue. Schauen wir jetzt, ob das Audio noch stimmt. Ja, stimmt noch. Es kam mir ja ein bisschen laut vor. Ich finde es immer ganz wichtig, wie dieses Inception. Mich juckt es gerade. Moment. Also im letzten Part sind wir stehen geblieben. Ich habe das Spiel zum Gefühl 10. Mal. Das haben wir jetzt einfach mal durchgespielt. Und ich wollte eigentlich sagen, wenn wir jetzt wieder da starten. Ich habe das, das zählt als Ending. Man muss die Credits nicht sehen. Man muss hier nicht im Titelbildschirm langen. Es zählt als Ending. Also. Aber ich habe mir jetzt überlegt. Ich bin immer noch am kratzen, by the way. Ich habe mir überlegt. Ich werde. Ach man, das juckt mich. Ich werde. Man, das juckt mich wieder. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Aber mal schaue. Ich habe das Spiel. Ja, ich habe das Weg eben über der Tastatur. Ich bin ja nicht hier nach innen gelehnt. Ich spiele mir Pastatur. Was ich sage mir ist, wenn das Spiel jetzt wieder da startet, und ich mache den braven Ron weiter, dann werde ich aber schauen, ob ich es wirklich… Ob ich da nicht irgendwie kurz vor Schluss etwas abzweigen will, denn ich will da nicht tausendmal dasselbe spielen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu eh. Also, das Spiel beginnen. Vorhin hieß es aber Spiel weiterspielen. Spiel von vorbeginn meine ich natürlich. Ich habe nur noch eine Option. Okay. Ich bin gespannt was es resetet hat. Ob es resetet hat. Wie es resetet hat. Nein, ich lasse es lernen. Ich nehme kurz mein Startmikro. Dabei habe ich noch magisch gestartet. Ich darf überspringen. Also, wir sind wieder hier im Büro. Ich hoffe es ist schwer, dass es die letzten 6 mal gespeichert hat. Alle seine Mitarbeiter waren weg. Was könnte es sein? Keine Ahnung. Dann hat Stanley entschieden zu gehen in die Gespräche. Vielleicht hat er einfach ein Memo gemacht. Ja. Mach ich. Kein Problem. Ja. Mach ich. Mach ich. Mach ich gerne. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Ja. 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 Das stimmt auch. Gut, das kennen wir auch. Gut, das kennen wir auch. Ich werde es nur noch erwähnen, wenn wir das noch nicht gesehen haben. Das nochmal eingeben. Hey! Ich bin wilder hier in Richtung Freiheit. Ich bin wilder hier. Ich kenn's eben schon. Mhm. Nein, ich bin nicht genervt. Ich frag mich jetzt nur, ob der Restart, der Neustart des Spiels, also nicht der Geschichte, sondern des Spiels, was bewirkt hat. Bis jetzt. Ausser, dass wir die Zeit eingestellt haben, nicht viel. Es sind immer noch die zwei Gefeuerten und der eine verkratzte. Weiter haben die nicht gezahlt, die ich bisher nicht gesehen habe bei einem Büro, wo wir vorbei kamen. Naja. Ich hab trotzdem meinen Spass. Ja, hab ich wirklich. Ja, hab ich wirklich. Ja, hab ich doch sagen, der kommt doch oben. Ich hab keinen Klick gehört. So. So. Ist um Freiheit. Never. Ich mach das never. Never. Mein neuer Lieblingssatz, dich gefolgt von Egg Carrier. Egg Carrier. Hehehe. Ja, 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 ja. Die Tür ist schon offen. Wir gehen Shutdownen. Ich bin doch ein braver Bruder. Ich mach doch alles, was du willst. Sonst würde ich so nett begrüßt werden, sonst ist das nächste Mal ich die Spielzeit selber beeinflussen kann. Blackness. And a rising chill of uncertainty. Was it over? War es das? Ja. Das war es. Ja. Gefriedete Machine. Freedom. I'm looking for freedom. Das würde jetzt extrem gut passen. Das hat das Spiel verpasst. Einmal vor vollem Oberum. I'm looking for freedom. Und wenn das hier jetzt irgendwie so so ein abgefucktes Spiel wäre. Einmal so David Tesselhoff noch. Hehehe. Ich sage nur, weil ich es weiden würde. Ja, ich mag den Tesselhoff. Ja, ich mag den Tesselhoff. Ja, Freiheit. Ja, Freiheit. Stanley felt the cool breeze upon his skin. The feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, I knew that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ja. Und wie glücklich wir sind. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich da bin. Und wir sind wieder mal hier. Und diesmal werde ich in den Escape gehen. Was ist das schon immer da? Ach, das Glickgeräusch ist immer. Egal was ich mache. Okay. Ja. Mach ich. Okay, die Bilder wiederholen sich. Ich schau mal, ob ich die 407 hier sehe. Ich schau mal, ob ich die 407 hier sehe. Ah. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ich schau mal. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets. The keypads. Oh, hey, look. It's a new passageway. Kill surprise. Damit meint er ja das hier, oder? Nein, ich bin echt genervt. Ich sage nur, ich mache es schon zum 10. Mal das. Das stört mich nicht. Aber jetzt gehe ich in den... Nee, genau. Ich will jetzt mal sehen, ob ich da auf On klicken kann. Ich versuche jetzt ganz bis zum Schluss da On zu klicken, statt auf. Mal sehen, was das bringt. Schon noch nicht. Ich frage mich, ob du spinnst schon ein bisschen genervt ist von mir. Was macht ihr heute so? Ich warte auf die Aufzüge hier. Nein, ich werde nicht alles tausendmal spielen. Natürlich nicht. Aber... Ich bin jetzt ganz zum Schluss. Denn... Am ersten Mal will ich dann... ...sach schnell... ... in den Escape umgehen. ... in die laborativen ... in der Welt? Nein, ich bin nicht... ... in die Welt. Sie nicht wahrnehmen. Sie selbstleben wie andere, ... in den anderen Kontrollen... ... niemals... ... nicht wahr. Sie nicht wahrnehmen? ... ... niemals... ... niemals. 0142, wie könnt ihr das alles drücken? Es gibt noch so viel zu tun hier, ey. Wir tasten uns heran. Ich nehme mich fest an, dass On gar nicht funktioniert. Doch! Ich dachte, die sei schon aktiviert, Entschuldigung. Ich kann nicht mehr aufdrücken. Ja. Ja. Kann ich nicht mehr. Wenn du meine Geschichte aufhörst, dann musst du viel besser machen. Ich bin froh, dass du nicht so schnell die Kraft hast, die du denkst, wie du machst. Zum Beispiel, und ich glaube, dass sie endlich ein Verbrechen haben. Stanley hat plötzlich herausgefunden, dass er gerade die Netzwerke-Detonation-Systeme initiiert hat. In dem Moment, dass diese Maschine aktiviert wird, ohne properer DNA-Identifikation, Nucleär-Detonatoren sind zu explodieren. Eliminiert das ganze Komplex. Okay. Wie lange bis die Detonation, dann? Ich glaube, zwei Minuten. Okay. Oh, das macht alles etwas mehr Spaß, nicht wahr, Stanley? Es ist dein Zeitpunkt, dass du blöchst. Du bist die Star. Es ist deine Geschichte, jetzt. Es ist dein Leben. Junge, such dir einen Psychiater, ey. Nein, will er nicht. Ich versuche, 0, 1, 4, 2. Ich habe doch 0, oder? Jetzt sieht man wenigstens was hier. Nein, wir haben keine 0. Ich habe nur lüttet vor dem PC. Ich habe keine 0. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, aber keine 0. Ah, ich kann jetzt hier rein. Er raus. Nice. Ich höre dem gar nicht zu und ich lese es auch nicht. Okay, das geht nicht. Ich habe noch 1, 2, 3 Minuten. Alles gut, alles gut. Ich versuche mal, äh... Kann ich einmal etwas drücken? Aha. Ja, ich geniesse es auch. Ich werde noch extra Zeit in den Klock, warum nicht? Hä, ging es da schon? Ah, jetzt gut, dann. Ah, wir haben noch über eine Minute Zeit. Ah, okay. Ich suche aber die... ...kasten 0, 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Warte mal, geht das hier immer durch? Hey. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Alles, alles, was hier, was mir schrauben. Warum dacht ich das, Stanley? Was? Ein Grünknopf? Echt? Ich habe keine Idee, was du Ziel in diesem Ort ist. Ich habe nichts. Ich habe nichts so blöd. Ja, macht doch nix. Die Vier. Die Fünf. Du bist nicht doch böse. Wo waren die Fünf? Da vorne. Ich habe noch 30 Sekunden. Ich mache jetzt kein Drama hier. 427, okay. Ich habe noch 15 Sekunden. Wenn ich untergehe, dann hier mit 1000 Brows. Hier unten. Hier unten will ich untergehen. Genau. Lass die Bomben kommen. Von wegen, Andy. Von wegen. Ich bin nach da. Das heißt, dass du ein bisschen schwaffli bist. Ich bin nach da. Ah. Ah. Ich bin nach. Ich bin nach. Ich bin nach. Auch mal. Die Aufzug Sequenz. Ach nein. Ich ging ja vorher raus. Stimmt. Ich gehe in Escape Bereich. Ja, ja. Ich darf mir auch mal ein bisschen Zeit verkürzen. oder? Nein. Diesmal gehe ich hier lang. Ja, ich bin nach. Ja, ich bin schon mal gestorben. Hast du mir? Ich lebe trotzdem noch. Du erzählst ganz schön Bullshit. Nein. Ist sie wirklich nicht verschlossen? Du verraschst mich doch. Okay. Sie ist wirklich nicht verschlossen. Aber nächstes Mal mache ich es wirklich. Ich überlege mir was. Es geht jetzt natürlich nicht mehr. Ich überlege mir gerade was. Und ich überlege mir auch, was das Lernen dauert. den On-Knopf gedrückt halten. Echt zu drücken und zwei Minuten auf den Tor zu warten. Oder auch für das gute Ending. Überlege ich mich gerade. Aber das gute Ending dauert weniger lang. Ich kann noch ein bisschen Zeit sparen. Entschuldigung. Lass mich raus! Friede meh. Friede meh. Das englische Akzent. Dieses englische Akzent. Dieses englische Akzent. hat mir geintraten geplant. Das co? Das mit dem. Ich habe mich gehalten. Es ist sicher. Es ist selbst in der Kontrolle, etwas zu jemandem anderen. Ne- Es ist nicht so versteckig. Es ist egal. Es war es nicht wahr? Es war es wirklich richtig geschärt, seine gesamten Leben über die Welt zu spiralen? Ich wusste gar nicht, dass die Maschine gar nicht läuft. Ich dachte, die läuft ja. Ach, egal. Ich bin nicht müde, ich bin nur ein bisschen gelangweilt. Entschuldigung, wenn es die letzten drei Parts nicht gerade viel Abwechslung gab. Wo der erste Part war, glaube ich, war das Interessantste. Die letzten zwei waren ein wenig, alles dreimal schon gehört, mindestens. Hat mir was passiert und ich gar nicht lange gehe? Ich bin nicht mehr, die Knöpfe sind ja weg, oder? Ich bleibe jetzt, Mann. Ich bewege mich nicht, ich bewege nur die Maschine. Ich bin nicht mehr, wenn er in die Kirche kam, er wusste, dass das nichts für ihn wichtig war. Die Tür ist noch nicht open. Jetzt ist sie open. Und ich bleibe jetzt mal hier so. Ich bin gespannt, ob der was sagt. Ich mache aber kein Experiment, dass ich hier eine Stunde lang warte. Das nicht. Ich warte noch die angebrochene Minute. Das tue ich uns an. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Monsieur sagt nichts mehr. Dann machen wir es eben zum tausendsten Mal noch. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. So. Diesmal gibt ich bitte einen Skype-Bereich. Schönen Tag. Ja. 低あーz vezes hoheu. vadrveich. Da ist alles gorgeous für dich. Da ist geht zu etwa. Vielen Dank.